Wir trotzen auch schwierigsten Bedingungen, nehmen große Herausforderungen gerne an und realisieren maßgeschneiderte Lösungen. Weltweit, mit Tochterunternehmen in den USA, China und Singapur sowie einem globalen Netzwerk aus über 50 zertifizierten Partnern und Repräsentanten. Ein starkes Team, von der Entwicklung bis hin zu Vertrieb und Service. Gemeinsam liefern wir Qualität made in Germany. Das sind wir. Industronik ist das Systemhaus für Sicherheit und Kommunikation in der Industrie. Seit 1964. Wir sind ein deutsches Familienunternehmen mit Sitz in Wertheim am Main. Unsere qualifizierten Ingenieure entwickeln ständig neue, innovative Produkte. Alle Systeme werden in Deutschland hergestellt und weltweit eingesetzt. Unsere Kommunikations- und Sicherheitslösungen werden den schwierigsten Bedingungen und den unterschiedlichsten internationalen Anforderungen gerecht. Das modulare Systemdesign bietet neben dem klassischen Einsatz im Bereich Intercom, Beschallung und Alarmierung auch die Möglichkeit zur Integration weiterer Daten- und Fremdsysteme. Wir haben für jede Umgebung passende, zuverlässige Endgeräte entwickelt. Wetterfest, von eisiger Kälte bis zu glühender Hitze. Robust, sowohl bei Feuchtigkeit als auch bei Schmutz und Staub. Leicht zu bedienen, vor Ort im Arbeitseinsatz oder per Touchscreen für umfassende Funktionsvielfalt. Für den leisen Indoor-Bereich. Bis zur lauten Industrieanlage. Und mit Ex-Schutz für besonders anspruchsvolle Bereiche. Unsere hochwertigen Systeme sind erweiterbar und zukunftssicher. Zum Wohle des Kunden und seiner Mitarbeiter. Unser umfassendes Dienstleistungsangebot mit Telefonsupport, Schulungen und Vor-Ort-Wartung ermöglicht eine enge Zusammenarbeit mit dem Kunden. Und zwar mit Kunden in den unterschiedlichsten Branchen. Ob in den Bereichen Oil & Gas, Chemicals & Pharmaceuticals, im Bereich Metals, Minerals & Mining für Energy & Utilities oder in weiteren Branchen wie Transportation & Infrastructure. Unsere Lösungen erfüllen die Anforderungen in allen Kommunikations- und Sicherheitsbelangen. Und mit unserem Service- und Qualitätsmanagement beweisen wir Ihnen täglich unser Engagement. We are the engineers of communication.